einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu diesem neuen türchen und zwar zum 23. türchen des mfb raubfisch adventskalenders 23 finde ich sehr cool und da haben wir hier drachen im kalender von molex es könnte dieser kleine salamander sein oder kann doch nur ein salamander sein nö es ist kein salamander es ist ein tournament sample swimming dragonfly heißt er hier genau 3,5 inch farbe nennt sich watermelon cold chart und der ist UV aktiv da ist er auch sehr interessant hat sehr viele so eine wie sagt man denn hier so eine naja ihr wisst schon hier diese schnippel hier ich weiß nicht wie sie heißen sehr viele dran ist sehr leicht finde ich also klar der wirkt jetzt größer aber ist natürlich auch überall eingeschnitten das heißt hier fehlt natürlich auch überall das material was ihnen halt für die größe die er halt hat wenn es jetzt ein ausgefüllter kühler wäre wäre halt schwerer und kleine füße hat auch vorne dran jetzt hier so sieht süß ja auch hier schönes teil für die barge auf jeden fall kann man machen klingt viel fisch fünf stück sind drin noch ganz schön große packung für fünf stück und hier noch mal crawfish aroma ja genau dann sehen wir uns später oder morgen macht's gut bis dann euer nami